So ist das Leben. Hast du das Match gemacht? Ich hab's geschmeichert. Bereit? Gleich nochmal? Ja. Ihr habt doch gesagt Gewonksch. Was war denn das für ein Ende? Ich finde du solltest nochmal zum Match. So wie gut gespielt oder so. Ich wünschte ich kann doch zu dir sein. Aber du hast leider nur viel. Gern. Oh Junge. Der hat mich nicht getroffen. Normalerweise trifft er aber deshalb. Was ist denn das für ein Smash alter? Ich bin schwer. Smash. Das ist Luke. Ich bin schwer. Also wer so den Absatz möcht, schafft das... Ähm. Halt. Waaas? Was ist denn das jetzt mal für ein lächerliches Match wieder, Mann? Das hat bei mir übelst geleckt an der Stelle. Ja, du kannst von oben nicht angreifen und nach links nicht. Was ist denn das? Ja, genau. Schnauze, also ich habe zwei Leben verloren. Schnauze, also ich habe zwei Leben verloren. Ja, das ist doch lächerlich, jetzt mal ohne Witz. Ja, das ist ein ganzer Match schon wieder lächerlich, Alter. Was ist denn das? Ja, das ist schon eher. Guck mal, ich habe mehr Schaden als du gemacht. Du leckst bei mir übelst, ich verstehe dich nicht. Oh, sorry. Also, was heißt sorry? Ich kann... Ich muss nochmal geloopt und das spielen. Bei dir mache ich das nicht mehr. Ich mache kein Schild mehr vor dir. Na, komm. Was ist das, Mann? Ja, natürlich machst du zweimal hintereinander Konter. Hast du noch sonst nichts Besseres zu tun. Was ist das? Jetzt langsam reizt mal mit dem Reingelacken jetzt hier, Alter. Meine Fresse, Alter. Unfärer Adapter. Das war ein bisschen, Alter. Halt die Fresse, Mann. Du lachst hier die ganze Zeit rein. Warum reinlacken? Es ist reingelackt, Alter. Man vorher sieht das und dann machst du das genau nicht so. Immer wieder machst du es anders irgendwie. Aus dem Mix. Natürlich, das war doch unten links, Alter. Faschenspiel. Ja, natürlich. Jetzt rollst du dich nicht nach vorne. Meine Fresse, Alter, Mastermind. Entscheide dich mal. Du Bastard, Alter. Meine Fresse, Mann. Das kotzt mich immer an, Alter. Immer wenn ich irgendwas versuche, Alter, machst du irgendwas anderes. Aus dem Mix. Ist doch lächerlich, Mann. Sei doch mal ehrlich. Was ist denn das jetzt? Ohne Scheiß. Natürlich, jetzt auf einmal wieder nach links. Ja, ich wechsle das ab, damit ich eine Chance habe. Sonst weißt du ja genau, in welche Richtung ich gehe. Ja, aber nein. Ich weiß ja, welche... Du machst das gesamte Match so. Und dann auf einmal, wo ich es auch machen will. Und das ist eine random Zeit immer. Ich mache das nicht immer genau da und da. Sondern es ist immer random und dann kommt auf einmal der andere... Auf einmal was anderes machst du da. Außer nichts. Ja, wirklich. Hast du das gehackig, oder was? Es ist einfach nur reingelackt. Es ist reingelackt, Mastermind. Da brauchst du mir nichts zu sagen. Es ist reingelackt. In der Hinsicht. Weil es immer ein random Zeitpunkt ist, wo du was anderes machst. Außer nichts. Ja, mir fällt es halt ungefähr zur... Gleichzeit auf mit dir. Und deswegen verändere ich es dann. Ja, nee. Du lachst einfach nur dein Vater rein. Aber... Ist mir klar. Ja. Das schon eher. Also, nein, tue ich es nicht. Ich wusste gar nicht, dass du Mario spielst. Ja, ich habe doch gar Zeit mit dir gegen Mario gespielt. Sicher. Ja, das will ich jetzt auf einmal wieder nicht nach links. Ja, genau. Was ist denn das? Jetzt mal ohne Scheiß. Mach da weh. Jetzt schon. Das war ganz schön dumm von mir. Hallo? Ja, du kannst nichts machen gegen Palutena. Das ist halt unfair, man. Ja, genau. Warum es jetzt in andere Richtung so was am Pferd ist. Das ist so lächerlich, diese Steuerung, Alter. Was willst du da machen, bitte? Du kannst die von nirgendwo angreifen, Alter. Kannst du ja auch nichts machen, wenn der Gegner alles weiß. GG. Garutena! GG. Bande deinen Kämpfer! Bande deinen Kämpfer! Ähm... Oh, nein! Hahaha! Einer der Charaktere hier ist ein Hurensohn, und damit ist Paladena. Aber was ist das denn für ein provozierender Angriff, Alter? Hallo? Ich hab die Kugel abgerät. Ja, geil. Hahaha! Vielleicht vermisst der Scheiß. Haha, wie ich's einstell! Äh! Hallo Paladena! Super Pferdespiel. Genau, krass Priorität über Paladena. Paladena hat über alles Priorität eigentlich. Und dann kommst du mit so Umschleiß. Meine Güte! So unnötig, der Tod. Was ist das von Dieter? Hahaha! Alter, ich... Davon geht's schon wieder. Wie... Ja, ähnliches ist etwas. Falsche Richtung, sehr schön. Was? Wie war denn das kein Treffer? Hahaha! Das hat aber noch eindeutig gesehen, dass das kein Treffer war. Falsche Richtung. Ich hab in meinem Leben noch nie so was Unferdes erlebt. Hahaha! Unglaublich, was das... Das ist auch noch... Ja, genau. Jo... Geil. Zwölf Prozent. So ein Deviant. Hallo! Oh! Oh, Gottes Willen. Ja, genau. Du weißt genau, wo ich hin wolle. Schau dir das an. Und ich soll hacken. Unglaublich. Das ist so'n Huren, so'n Huren. Der kann doch gar nicht legal sein, oder? Genau, wie schnell fällst du denn runter? Oh nein, was mach ich? Oh! Nein! Als ob ich davon sterbe! What the fuck! Hehehe! Na gut, was soll man noch machen? Oboser Junior ist cool, Mann. Ich feier den. Ich find den überhaupt nicht cool, aber... Ist er lächerlich, oder was? Er ist extrem lächerlich. Hahaha! Aber dann muss ich dir... Ich baile den jetzt erst mal. Viel Spaß. Aber mit wem werde ich jetzt deine Leviten lesen? Na gut, du... Schwingst mich ja quasi... Bereit? Ja... Ich schreier. Drei, zwei, eins, los! Ja! Entschreier! Ich bin noch mehr. Ich bin noch mehr. Ich bin noch mehr. Er. Ich bin noch mehr über die Welt. Ja! Ich bin noch mehr. Ich bin noch mehr. Ich bin noch mehr. Was ist'mon? Warum kannst du mich angreifen ohne deinen Hurensohn? Na, den Huren wird auch wohl noch, das ist quasi Junior, aber du weißt was ich mein, ne? Wie, was? Wie kann man, was? Ich kann damit schlagen, ist ja schon klar. Das ist der Wahnsinn, das hat die Welt noch nicht geklärt. Du weißt aber nicht, das ist kein Ding, aber du weißt, wenn du das nicht machst. Du weißt, was du gehst? Du weißt, was du weißt? Du weißt, wie du weißt? du hast das ganze richtig über mich zu beschweren verbraucht hast du ein glück alter ich hätte ich fast mit meiner absmache attacke hätte ich dich gefickt oder beziehungsweise bsb nach oben rettungssprung alt wenn ich dich jetzt noch besiege dann fährst du mich wieder aus der freundesliste ich kenne dich schon aber ich bin fertig aus der freundesliste zu glück habe ich super was ist das vielleicht habe ich noch eine chance sehr schön warum machst du das nicht jetzt schon warum sollte ich dann werde ich gestorben du weißt doch nicht ob bis nach unten macht was ist das man kann nicht glauben dass ich die mensch noch gewonnen habe ja du hast reingelackt bis zum geht nicht mehr das sage ich ja also ich hatte doch 70 prozent noch ein leben und nur noch drei leben ja ich habe doch wie viele smashes habe ich gemacht dass du immer noch nicht gestorben bis alter du es immer dann das war einfach nur glück alter das wirst du jetzt gleich sehen dass ich dich jetzt komplett 3 0 zerstört das war absolut lächerlich das ist dir schon bewusst so ein geiles match ey ja das würde ich ohne meine superliste machen die das wäre falls in einem Alter, du müsstest ein Grundsprecher werden. Deine Schreie hören sich nicht nicht in der Liste schön. Das ist doch lächerlich. Du machst es immer perfekt. Jetzt würdest du es irgendwie nicht perfekt machen irgendwann. Was ist denn das für ein Reingelacke? Jetzt ohne Witz. Du kannst mir das nicht erzählen. Du weißt genau, wie viele Sekunden ich dafür brauche. Obwohl es immer anders ist. Guckst dir doch einfach mal an, wie lächerlich du bist, du Hurensohn. Oh Mann. Ja. Kann man auch so viel machen, du Hurensohn. Na genau. Keine Chance. Was ist das, Mann? Du warst doch auf dem Boden, Alter. Oder nicht? Ja. Was ist das, Alter? Was für Schu... Ja. Wir müssen nächstes Match spielen. Das war einfach schon von Anfang an lächerlich. Hä? Wie meinst du, ich war auf dem Boden? Ich habe ein Schmeiß-Stirer. Was, du lagst auf dem Boden, laber mich nicht voll. Du wurdest von der Scheißkugel da, beziehungsweise von meinem B unten, wurdest du von dieser Bombe getroffen und warst auf dem Boden, Alter. Blaue mich nicht voll. Mann, da bin ich wieder aufgestanden. Ja, innerhalb zwei Sekunden. Genau, das für mich. Und hast einen Upsmash gemacht. Blaue mich nicht voll. Ja, okay, ich bin alt. Das sollte eigentlich nicht gehen, das vielleicht. Was ist das, Mann? Genau. Schön. Oh Gott. Hast du ein Glück, Alter? Dass meine Bombe nicht eine Sekunde später weggegangen ist. Die ist automatisch schon... Hat sich abgefeuert. Oh mein Gott. Da habe ich aber tatsächlich Glück gehabt. Hast du auch. Das ist nicht das erste Mal, dass du Glück gehabt hast. Würde ich schon sagen. Genau. Was ist das, Mann? Was denn jetzt schon wieder? Also jetzt war wohl alles fair. Genau. Na gut. Na gut, keine Chance. Ich bin tot. Ja, was soll ich noch mal machen? Nichts was? Mach aber auch nichts anderes aus, für eine Ecke zu warten, oder? naja der hinterher springen ist selbstmord weil nun so obwohl ich bin doch auch hinterher hier werden wenn es lieber ist ja aber nur wenn ich rausfliege du spaß die alter ist die ganze zeit im eck dafür nicht wohl genau wie schnell bist du denn natürlich fällst du nicht darauf rein alter fick deine mutter du wohnen sohn was soll ich jetzt schon wieder reinfällt deine billigen tricks ja genau Ich vergesse aber den Rest nicht. Uuuuuh, das wäre knapp. Ey, du bist so eine Fotze, Alter. Jetzt mal ohne Witz, Alter. Du bist echt wie so eine richtige Camper-Pfotze, Alter. Mit dir macht es echt null Bock, immer zu spielen, Alter, meistens. Deswegen habe ich auch nie Lust, mit dir zu spielen. Du bewegst dich gar nicht auf... Als würde das echt Major sein für dich, Alter. Als würde dir nichts anderes wichtig sein. Du willst unbedingt gewinnen, Alter. Kannst du nicht einfach mal um Spaß spielen, Alter? Und nicht nur so rumschwitzen. Immer nur rumwarten, Alter, bis ich was mache. Meine Güte, Alter, ist das langweilig, Mann. Ja, was los? Danke, ich esse dich später. Meine Fresse, ist das langweilig, Alter. Ich muss immer zu dir kommen, Alter. Ja, so macht das Spielspaß, meine Güte. Ja, das ist nur die Camper, Alter. Was ist denn mit dir? Hast du so Angst zu verlieren, oder was? Das stimmt doch nicht mal. Das stimmt doch nicht mal. Nö, du wartest die ganze Zeit immer nur auf mich, Alter. Ich muss immer mich bewegen, Alter. Du bleibst schön in der Ecke sitzen, wie so ein... Wie so eine Ratte, Alter. Immer das gleiche, Alter. Ich muss immer zu dir kommen. Drei, zwei, eins, los! Schau dir das nochmal an. Dann zeig mir mal die Stelle. Weil das glaube ich dir nicht. Ja, das ist gut. Das war's. Genau, schneller als Stoker. Was? Genau. Warum hat der seine Rettungssprung nicht früher gemacht? Ich weiß nicht, oder ich bin nicht in dich rein. Genau, davon stirbt. Du hattest 180 Prozent, also. Ich dachte, ich hatte nur noch ein Leben, ich dachte, das kann auch. Okay, dann habe ich jetzt auch noch eine Chance. Wenn auch nur eine sehr kleine. Ja. Ach, das hast du gehört, bitte. Was ist das, Mann? Als ob du da nicht irgendwann mal reinläufst, du Wichser, Alter. Du findest auch immer den Neuen auswählen, oder? Das war, ich habe es viermal hintereinander gemacht, weil ich mir irgendwann gedacht habe, du wirst da reinlaufen, Alter. Aber nee. Woran überhaupt? Ich hatte 130 Prozent. Warum würdest du nicht in mich reinlaufen wollen und eher warten auf mich? Das macht überhaupt keinen Sinn, was du manchmal machst. Das macht überhaupt keinen Sinn, was du manchmal machst. Nein. Ja, das macht nur noch nichts. Ja, das macht nichts. Ja, das macht nichts. Na, es sind alle noch ein paar Sachen. Sollte mich noch nicht. Das ist doch nicht. Ist doch trotzdem. Das ist ein Schiff. Was ist für den Nachden suck. Und du kannst du nicht. Ich bin. Ehe, das ist doch. Abfall. Oof. 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 Hahaha! Jetzt auf einmal geht es eine Sekunde länger, der Konter-Trick. Meine Fresse. Oh Mann ey. Ja genau, weißt du, wieder gelungen. Was ist das, Mann? Danke fürs Aufladen, Hölf. Ja, ich dachte, es wäre eine Sekunde nicht viel länger, Alter. Ich muss mir genau merken, wie lange das geht, Alter. Wenn es so eine Hurensohn-Attacke ist. So ein Hurensohn-Konter. Alter. Alter, das ist ja irgendwie das fast getötete, der. Nein. Sau. Jaope. Mal. K gefallen! Sonst dermate, als wäre Gü shouldnest. Du hast mich mit dem Arsch gerettet, du Idiot. Gerne. So, jetzt läuft's. Warum? Ich hab mein B nach oben gemacht. War schon knapp genug, Alter. Begone.